Das Immobilienbüro Engel & Völkers in Weiblingen ist mit Claudia und Wolfgang Langer seit 2007 vertreten. Wir sind hier für Engel & Völkers seit 2007 hier für den Raum Weiblingen und den Remsmurkreis tätig, haben dort das Büro neu gegründet und Engel & Völkers versteht sich ja weltweit als Premium-Dienstleister. Für uns vor Ort bedeutet dies, dass wir für Immobilienverkäufer wie Käufer den bestmöglichen Service erbringen wollen. Das fängt schon an bei einer fachkundigen Bewertung der Immobilie. Wir besprechen also mit dem Eigentümer die bestmöglichen Vermarktungsmöglichkeiten sein Objekts und zeigen ihm auch den bestmöglichen Preis am Markt nachvollziehbar auf. Das ist für uns ganz wichtig. Wir nennen keinen Preis aus dem Bauch heraus, sondern der Eigentümer bekommt von uns ein Beratungsgespräch mit einer auch für ihn nachvollziehbaren qualifizierten Bewertung seiner Immobilie. Das Portfolio in Sachen Immobilien reicht von groß bis klein, wobei man hier derzeit stolz ist, eines der größten Immobilienprojekte in der Region exklusiv zu vermarkten. Engel & Völkers vermarktet exklusiv derzeit den GEBA Tower in Fellbach. Das ist eines der spektakulärsten Bauprojekte, die in Deutschland derzeit überhaupt entstehen bei uns. Engel & Völkers steht für Premium. Doch Premium hat hier eine klare Definition. Engel & Völkers sieht sich als Premium-Dienstleister, das ist richtig. Aber Premium-Dienstleister bezieht sich auf die Qualität der Arbeit und nicht auf die Größe der Immobilie. Also wir hier vor Ort in Weiblingen, wir wissen, dass für einen Erwerber wie für einen Verkäufer die Immobilie als solches schon ein Premium-Produkt ist. Auch eine zweieinhalb Zimmerwohnung kann die größte Anschaffung des Lebens sein, die ein Erwerber möglicherweise tätigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017